Hallo zusammen! Wir fangen uns heute ein Potrott. Das Pokémon könnt ihr an einer Reihe verschiedener Orte fangen. Die höchste Fangchance habt ihr bei Sandsturm an der Wachtturm-Ruine mit 25%. Am Hut des Giganten könnt ihr es außerdem mit Oberwelt-Sprite antreffen, allerdings nur zu 5%. Die übrigen Fangorte und Fangwahrscheinlichkeiten findet ihr in dieser Übersicht oder auch in der Beschreibung. Bei voller Gesundheit mit einem normalen Pokéball hat es eine Fangrate von 35,2%. Viel Glück!